Ich befinde mich in Lichtenberg und treffe jetzt das Künstler-Kollektiv Peach Beach, das mich ein bisschen in die Berliner Graffiti und Street-Art-Szene einführen wird. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Hallo, Attila. Hallo, Attila. Hallo. Herzlich willkommen in unserem tollen Studio. Was genau oder wer genau ist denn Peach Beach? Peach Beach sind wir zwei. Wir haben uns in der Uni kennengelernt, beim Designstudium. Dort gemerkt, dass wir ganz gut zusammen arbeiten können und machen halt jetzt in diesem kleinen Design-Kollektiv kommerzielle Aufträge. Hier wurde auf Holz gemalt. Ihr habt gesagt, ihr malt auf Wänden. Was war denn der verrückteste Untergrund, den ihr jemals genutzt habt? Wir haben mal irgendwie auf einer Messe eine füllige Frau angemalt. Das war ziemlich witzig. Ja, das nennt man eigentlich Performance-Kunst, so. Ja, Live-Action-Painting oder wie auch immer. Das können wir auch heute bei dir machen, wenn du willst. Echt? Ja. Draußen? Draußen. Oh, okay. Vielleicht darf ich ein bisschen was anhaben dabei? Ja. Nur ein bisschen. Yes. Ja, cool. Ja. Aber erst zeigen wir dir mal ein bisschen Street Art. Wir sind jetzt bei der alten Teppichfabrik in Strahlau. Und ja, hier haben wir halt auch ein schönes großes Bild gemalt. Ich sehe das schon hinter dem Baum. Genau. Hier kann ich ganz genau erkennen, hier hat sich niemand anders noch irgendwie verewigt auf der Wand. Street Art ist ja häufig in der Graffiti-Kommune da nicht ganz so angesehen. Und wenn jetzt irgendwo so ein legales Bild entsteht, dann passiert das oft, dass das dann von irgendwelchen Graffiti-Kids ausgekrosst wird oder was drüber gebombt. Wenn ihr eine Wand bemalt, checkt ihr dann im Laufe der Zeit, ob das irgendwie übermalt worden ist? Ärgert ihr euch dann? Ja, klar, man ärgert sich, aber so häufig passiert das gar nicht, weil doch viele auch dann Respekt auch haben. Die sehen, das Bild ist ja ganz gut. Dann wäre es jetzt von mir irgendwie dumm, da was Beschissenes drüber zu malen. Okay, halten wir fest, eure Bilder werden nicht gecrossed, weil sie so schön sind. Ja, boah. Wir haben ja gerade die Hera getroffen von dieser Street Art Crew, Hera Koot. Und die haben halt auch hier mit uns damals ein Bild gemalt, einen Affen. Da kann man auch gut sehen, dass es halt von den Graffiti-Malern nicht so ganz respektiert wurde. Das liegt aber auch daran, es war vorher unten schon Graffiti dran und dann sind die Graffiti-Leute wieder drüber gegangen. Also eigentlich wird so eine totale Geschichte auf so einer Wand erzählt, so am Anfang. Das ist ja auch gerade spannend irgendwie. Ja, jetzt sind wir hier an der Diefenmühle. 1A-Club, aber auch hier eine sehr große Wand, die hier von Street Artists gestaltet wurde. Wir haben auf jeden Fall auch was gemalt hier. Das ist eigentlich ein Abbild der Leute, die hier an der Schlange stehen, um in den Club zu kommen. Die alle so durstig nach Party sind. Und so sahen die auch aus, so nach irgendwie drei Tagen Feierei ungefähr. So, jetzt sind wir bei der Rixbox in Neukölln. Ein Imbiss, der aber saukool ist. Vor allem, weil wir den nämlich auch unter anderem gestaltet haben. Ah, ich sehe schon. Hier sieht man ein Bild und das ist halt eine Neukölln-Szene. Obwohl es ziemlich kalter Winter ist hier in Berlin, habe ich mich jetzt sehr hautfrei bekleidet, damit ich mit Attila und Lars die Live Action Painting Session starten kann. So Jungs. Ja. Ich hab da mal was vorbereitet. Ja, Street Artists definitiv glaube ich schon, dass es gehört zu Berlin dazu. Germanis bedeutet vermutlich so viel wie einen deutschen Geist zu fassen. When I think about German I think about beer, sausage, coolness and of course Street Art. Also, ich bin ja jetzt Kunstobjekt, oder? Bist du. Ich bin jetzt nicht mehr Claire, ich bin jetzt Kunst. Heißt das nicht auch, ist das Kunst oder kann das weg? Ist das Kunst oder kann das Claire? Ich hoffe es ist getrocknet und ich kann euch umarmen. Oha, oha. Bis bald mal. Alles gut. Ich geh jetzt Bahn fahren oder so. Irgendwas total Bescheuertes. Viel Spaß. Und das hat er, ich habe ganzочку. Ich hab das gemacht. Untertitelung des ZDF, 2020